Willkommen zum Unboxing Video vom HP Enterprise 553. Wir machen jetzt auch mal die Karton auf und schauen mal was dieser Drucker alles zu bieten hat. So zum Packungsinhalt, wir haben einmal die Installations-CD, eine Betriebsanleitung, Netzwerkstöcker für England und Deutschland und natürlich das Gerät selbst. Negativ hier anzumerken wäre vielleicht, es gibt kein USB-Kabel zum Drucken mit dabei, aber das kann man sich auch noch so dazu kaufen. So, das war's mit unserem Unboxing-Video. Falls ihr den Test sehen wollt, gerne auf Prindu.de oder unserem YouTube-Channel. Bis zum nächsten Mal.